Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Kirby und das Vergessene Land. Ich bin euer Basti. Schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Heute ist es soweit. Ich habe mich ausgerüstet. Ich habe mir eine zweite Lebensleiste geholt und noch ein Angriffsboost Trink und jetzt werden wir nach da oben gehen und mit Tazandra sprechen. Mal sehen, was die uns zu erzählen hat. Wir lassen uns überraschen. Ist das etwa noch so ein rätselhafter Wirbel? Du kannst Leopold darin spüren. Oh nein, wir werden in den Wirbel gesaugt. Oh mein Gott, okay. Ich denke mal, wir werden noch eine weitere Welt. Ja, es gibt noch eine weitere Welt. Na großartig. Ach du grüne Neune. Dieses Gefühl, genau so hat es sich angefühlt, als ich von meiner anderen Hälfte Ultimo Elphilis absorbiert wurde. Gut möglich, dass Leopold nach dem großen Kampf in diesen seltsamen Ort gefangen wurde. Komm Kirby, gehen wir der Sache auf den Grund. Isolierte Insel. Vergesst Träume. Okay, wie viele Level warten hier noch auf uns? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann ganz da nach oben. Oh mein Gott. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, das ist ein Zusammenschnitt aus allen Welten, die wir bis jetzt erlebt hatten. Und wir fangen an mit 50 Sachen hier drinnen finden. Okay, 50. Naja. Die Vergess-Ebenen. Das ist wie der Anfang. Okay. So, wir machen euch mal blöd hier. Die Frage ist, was genau muss ich hier suchen? Das sind diese komischen Dinger da, ne? Du hast ein Fragment von Leos Seele gefunden. Moment mal, das ist doch ein Teil von Leopolds Seele. Ah, jetzt wird so einiges klar. Falls es dir gelingt, noch mehr dieser Fragmente zu finden, kannst du ihn vielleicht retten. Sammle weitere Fragmente von Leos Seele, während du die isolierten Inseln im Reich der Vergessträume erkundest. Okay. So, wie viel von diesen Sachen gibt es hier zu finden? Okay, ich muss Leopolds Seele retten. Da ist ein weiterer. So eine weitere Seele. Oh mein Gott. Okay. Na gut. Ich hoffe, da wird angezeigt, wenn wir alles gefunden haben. Irgendwie oder so. Ei, ei, ei. Was ist das hier? Oh nein, da brauche ich so einen Hammer. Ehh. Kommen die nochmal wieder? Hm, jetzt habe ich keinen Hammer. Das ist natürlich richtig, richtig mies. Den hätte ich gebraucht, ja. Ah, kommen die hier vorne, wählen sie nochmal wieder. Auch nicht. Ach, Mist. Warum brauche ich hier unbedingt den Hammer? Ach, hätte ich mir die mal... Ach, ist das ärgerlich. Ah, da gibt es nochmal einen Hammer. Okay. Gut. Kann sich ja auch nochmal zurückgehen, ne? Okay. Okay, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Oh. Und da gibt es nämlich ne Seele dafür. Okay, alles klar. Oh Mann. Okay, 4 von 50 haben wir. Aber wie viel genau brauche ich denn... Davon? Oh. 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 So, sehr schön. Da hinten schläft einer. Brauche ich den? Nicht wirklich, ne? Da gibt es nochmal eine Milch. Okay. Und mir fehlt in so ein grünes Ding. Wo brauche ich dich jetzt dafür? Hm. Vielleicht sollten wir wirklich die Eigenschaften nehmen, die hier... Oh, du hast auch so ein Ding. Okay. Okay, sehr schön. Was passiert jetzt hier? Mir fehlt auch noch so ein... Mir fehlt so ein... Oh mein Gott, was ist das da unten? Da ist ein Schalter. Noch eine Seele bekommen. Okay. Aber mir fehlt doch bestimmt trotzdem was. Ah, da hinten, da hinten, da hinten. Ich habe es noch gesehen. Puh. Gerade so. Oh, da gibt es mehr Seelen. Die sammle ich alle ein. Sehr gut. Jetzt haben wir schon 11,50. Okay, und hier vorne konnte ich mir jetzt meine Power aussuchen, die ich brauchte. Ich denke mal, jetzt kommt ein Bosskampf. Eis oder die Kugel? Komm, wir nehmen mal Eis mit. Ich weiß zwar nicht, wer hier kommt. Okay, wilder Bonkers. Kann ich dich nicht einführen? Ich habe doch voll die Power hier. Oh Gott, der ist ja echt... Ah! 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 Oh mein Gott, okay, das Einfrieren, das hat... Das hat gut geklappt. Boah! Mein Gott, die werden immer stärker, die Gegner, oder? Komm schon, ich fröh dich ein. Jawohl, und dann bist du weg. Soll ich mir nochmal deinen Hammer nehmen? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leosee gesammelt. Lass uns mal in das nächste Gebiet gehen. Okay, sehr schön. Es wird also angezeigt, wann, wenn wir alles gefunden haben. Oh mein Gott, und die Level sind aber echt... Oh Gott, brauche ich hier... Brauche ich hier Schwert? Brauche ich hier echtes Schwert? So, die nehmen wir mit. Weg mit euch, weg mit euch. Ihr Klinggeister. Okay, du bist böse. So, was gibt's hier oben? Okay, vollstopfen mit dem Automaten. Alles klar, krieg ich hin. So. Alles klar. Ah, komme ich nicht hoch. Oh, ich brauche den wahrscheinlich hier, oder? Oh je, okay. Da haben wir noch eine Seele gefunden. Das gibt nur Punkte. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Weg mit dir. Okay, Schalter drücken. Komme ich hier nach oben. Mhm, 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 mhm. Ausspucken möchte ich das nicht. Ich möchte das da oben noch kaputt machen. Okay, Moment, aber eigentlich muss ich ja jetzt hier trotzdem hochkommen, ne? Okay, Moment, da oben ist auch noch irgendwas. Oh, gibt's eine besondere Kapsel hier, oder was? Hab ich hier alles gefunden? Gute Frage. Ansonsten muss ich nochmal zurück. Aber hier ist ja kein Stern. Hier geht's ja nur durch eine Tür. Mhm, jetzt kommt die Schose. Jetzt kommt die Schose mit den Bomben. Oh, das ist ja, das ist ja Schleim. Und gleich hätte ich die Bomben nehmen sollen. Äh, nein. Kann ich nicht einsaugen. Mist, das habe ich keine Fähigkeit mehr. Ich hätte wahrscheinlich wirklich die Bomben nehmen müssen, ja. Okay. Jetzt hier rüber. Kann ich mir die Seele holen? Okay, gibt's dort oben irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich hab gar nichts. Oh, mein Gott. Okay, gibt's hier irgendwas besseres noch? Also die scheiß Bomben. Mann, Kirby. Okay, gut. Ich brauch unbedingt Energie. Ich brauch unbedingt Energie, ey. Ich mag die Bomben überhaupt nicht, ey. Ich mag die Bomben überhaupt nicht. Hm, 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 hm. Gibt's hier irgendwas, gibt's hier irgendwas, was ich einsammeln muss? Okay, da gibt's drei Seelen. Oh, wie hätte man das, wie hätte man das, wie hätte man das bitteschön schaffen sollen, ohne zu sterben? Oh, hoffentlich gibt's hier Essen. Ja, gibt's ein Hamburger, okay. Oh, da unten, da unten ist noch eine Seele. Habt ihr das, seht ihr das? Oh, die ist echt fies versteckt, ey. Sieht's aus, als hättest du an diesem Ort alle Fragmente aus Seele. Okay. Haben wir 28. Oh mein Gott, das sind echt lange Level. Wahnsinn. Können wir hier auf jeden Fall erstmal weiter. Und hier gibt's sogar noch was zu schnabbelieren. Und ich brauch definitiv irgendwas anderes. Okay, jetzt kommt's Einkaufszentrum. Aber da gibt's nix drin, oder? Hm. Ne, da gibt's keine Seele. Ah, da hinten ist eine... Ah, vielleicht hätte ich Feuer mitnehmen sollen. Oh, es gibt's jetzt unten eine. Okay. Dann komm ich hier zurück und dann gibt's vielleicht noch einer. Ne. Okay, 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 okay. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Okay, nice. Ich brauch unbedingt was anderes, ey. Wie komme ich da oben rein? Okay, die habe ich eingesammelt. Puh! Nein, bummerang, bringe ich mal den bummerang mit. Ah, nicht, dass da unten auch irgendwas ist noch. Okay, die haben wir, die haben wir, die Seele, oh Gott, Feuer, komm. Feuer nehme ich mit. Ah! Haben wir alle? Ja. Ich hoffe, ich kann mich hier nochmal retten. Sieht so aus, als hättest du alle Seelen gesammelt. Okay, ich habe alle Seelen gesammelt. Ich brauche aber definitiv... Wer kommt denn jetzt hier? Okay, muss ich dich hier hinten blatt machen? Okay. Okay, 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 Moment, Moment, Moment. Okay, wir haben mal eine Seele bekommen, sehr gut. Das geht nicht, okay, das war... Ei, 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 okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, wie soll ich denn da hochkommen? Okay, muss ich da auss... Moment. Muss ich den da ausspucken? Hä? Ach, da unten komme ich rein. Okay, dann komme ich hier hoch, also brauche ich den doch. Ach, Mensch, Kirby. Wo komme ich denn da nicht hoch? Wo komme ich denn jetzt wieder zurück? Zurück. Oh Gott sei Dank. Okay, jetzt gehe ich mit dir hier runter. Dann gehe ich hier rein. Ah, das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. So, eine weitere Seele. Und nochmal ein bisschen... Okay, 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 okay. So. Oh mein Gott. Okay, das habe ich hingekriegt. Das habe ich hingekriegt. 40 habe ich. So, da... Oh, hier gibt es sogar einen Stern. Okay. Da haben wir auch noch mal drei Sälen. Okay. Hui. Und jetzt hier drüber. Okay. Ich habe ja aber nicht alle Seelen gekriegt. Ich habe ja nicht alle Seelen gekriegt. Wie, wer habe ich denn? 43. Mir fehlen zwei Stück. Das gibt es da nicht. Das gibt es da nicht. Wo sollen denn die sein? Bei den doofen Häschen hier vielleicht, oder was? Das gibt es da nicht. Nee, da kann die nicht sein. Hier unten ist einer. Okay. Ich bin aber... Ich bin aber kletot, Leute. Hui. Ich hoffe doch mal, ich kann mich noch mal irgendwo heilen. Ich habe zwar den Angriff-Boost. Okay, Moment. Hier komme ich eh nicht hoch. Aber wir haben ja alles gekriegt. Oh, hoffentlich kann... Bitte lass mich noch mal heilen können, ey. Lass mich noch mal heilen. Oh ja, gut. Das haben wir mit. Feuer könnte ich theoretisch gesehen behalten. Dann packe ich mal meinen Angriff-Boost aus hier. Und jetzt geht es zum fetten Gorilla. Die sehen auch anders aus. Okay. Illusions-Bizeps-Bestie. Gorillas. Lass mich los, ey. Gibt es da nicht. Mach es jetzt ein. Oh, gib mir ein Feuer. Ich habe zwar schon ein bisschen besiegt, aber noch nicht so richtig. Oh, gib mir ein Feuer. Shit. Äh. Okay, okay. Ich bin aber gleich tot. Oh, mein Gott. Gerade so. Gerade so besiegt. Und wenn die Bosse jetzt alle so durchdrehen, dann haben wir Prost-Mahlzeit. Okay, du gibst uns auf jeden Fall Seelen. Wie viel brauche ich denn eigentlich noch? Fünf? Abschnitt abgeschlossen. Oh mein Gott. Bitte, bitte sagt man, dass ich 50 habe. 49. Ich habe irgendwo eine Seele verpasst. Großartig. Ich habe irgendwo eine Seele verpasst. Na gut, die muss ich noch suchen. Ich habe irgendwo ein Sturm-Tornado. Die Zeichen stehen auf Sturm und dieser hier erfolgt sogar auf Knopfdruck. Bresche in Gegner, fange sie mit dem Wirbel ein und verpasse ihnen Blitzschläger. Aber ich habe doch überall die Info gekriegt, dass ich alle Seelen gefunden habe, oder? Na gut, dann muss ich da nochmal rein und ja. Ich muss nochmal eine Seele suchen. Ja, 49. Ich brauche 50. Okay, das muss ich dann auf Screen machen. Eine Seele fehlt uns noch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann geht es weiter im zweiten Level. Bis dahin, macht es gut. Euer Basti. Tschüssi. Tschüssi.